Und wieder ein Paket, diesmal von der Inge bauen. Der Paulchen ist schon so erschöpft. Armer Kater. Tja, wollen wir mal auspacken. So, ich habe es schon aufgemacht. Komm her. Ach, das sieht ja auch lecker aus hier. Kaffee. Kaffee ist immer schön. Leckerlis für Paulchen. Ah, hast du gerade knistern gehört? Ja. Aha. Kekse. Zum Kaffee. Ich muss aufstehen. Ach, das ist schön. Das ist schön. Zum Fernsehen. Zum Knabbern. Kräuterwürze. Prima. Einmal Paulchen. Ja, das ist auch gut. Diabetes. Ja. Auch Diabetes. Das ist da auch alles. Halt. Ein Brief. So, alles alle. Na Paul, wollen wir mal auspacken, nicht? Da guckst du nicht. Na, was zum Naschen. Fein. Die Tüte witzig aus. Wie fällt man? Kann man wieder verwerten. Ja, wie schon erwähnt. Diätfutter für Paule. Auch für Paulchen. Einmal Kaffee. Für Horstie. Tja, wird so knapper. Hier zwischendurch. Das ist gut. Kann ich gebrauchen. Bräuterwürze. Leckerli für Paul. Und jetzt werde ich den Brief lesen. Paulchen schmeckt das. Na, prima. Leckerli ist gut. Super. Ja, danke für den Brief, Ingeborg. Tja, kann ich auch nur sagen, recht herzlichen Dank für alles. Super. Na, was runtergefallen, ja? Hätte ich doch beinahe deine schöne Geburtstagskarte verpasst. Danke dir. Recht herzlich.